Im Büro kann die Evolution einpacken. Darwin am Arsch. Das waren die letzten Reste von der Frau Rumke. In der Natur setze ich von mir aus der Stärkere durch, aber im Büro. Hier sabotiert der Schwache den Starken so lange, bis überhaupt nichts mehr geht. Bis du nur noch nach Hause willst. Deswegen entwickelt sich ja hier auch nichts. Hier treten alle auf der Stelle wie so ein Rudel Flamingos. Wer gewinnt, wenn der Löwe gegen den Seeigel kämpft, hängt ja auch schwer davon ab, wo der Kampf stattfindet. Im Atlantik sieht der Löwe nämlich ganz schön alt aus. Und das hier ist der Atlantik. In der Atlantik mit Akten. Hier ist der scheiß Seeigel der König.